Jeden Tag bekommt ihr Blumen geschenkt. Und jeden Tag sagen wir ihr, lass noch welche stehen. Einmal frage ich, warum sie denn die letzte rosa Schafgarbe abgepflückt hat. Einfach nur als Freudigkeit. Als Freudigkeit. Die war so schön. Ja, sie war zu schön, um sie nicht zu pflücken. Wir wollen sie mitnehmen, die schönen Blumen, für die Vase oder wenigstens auf dem Foto. Herzlich willkommen bei Asra bloggt. Ich bin Asra. Eine Blume, die wir abpflücken, muss sterben. Warum zerstören wir, was wir lieben? Warum zerstören wir die letzten Reste Natur? Es gibt sie noch, die schönen Fleckchen Natur, ursprüngliche Natur, sogar in der Stadt. Und es kann aber passieren, wenn wir sie nicht schützen, dass diese letzten Reste Wildnis für immer verloren gehen. Trotzdem ärgere ich mich, wenn mein Lieblingsweg versperrt ist oder wenn eine Naturschützerin mir verbieten will, zum kleinen Baggersee zu gehen. Ich passe doch auf. Ich störe doch keine Tiere und ich weiß doch, wie man sich verhält in der Natur. Ich frage mich, ob man diese schönen Reste Natur oder Wildnis nur schützen kann, indem man die Menschen aussperrt. Oder ob das nicht auch vielleicht anders geht. Heute geht es um Naturschutz. Dies ist einer der schönsten Wege in Delbrück, eine Viertelstunde von da, wo ich wohne. Eigentlich ist es kein Weg, es ist ein Trampelfahrt am Bach entlang. Eines Tages war da ein Tor. Ich habe mich geärgert. So ein schöner Weg. Und da soll ich nicht mehr durchgehen dürfen? Es gab Fragezeichen und Ärger auf Facebook, gerade von Naturliebhabern, die ein besonders schönes Fleckchen Natur zu schätzen wissen. Das Tor war vom BUND in Zusammenarbeit mit der Stadt angebracht worden. Also habe ich nachgefragt. Ich wollte auch wissen, warum es kein Hinweisschild gab. Ich erfuhr, es hat ein Schild gegeben und es wurde nur immer wieder abgerissen. Dann habe ich gelernt, dass dieser Bachabschnitt mit der Strundewiese daneben was ganz Besonderes ist. Da brüten seltene Vögel, sogar Eisvögel. Es gibt viele Insekten und Pflanzen, die gefährdet sind und selten. Die Strundewiese neben dem Bach grenzt an eine natürlich gewachsene Stufenvegetation, ein schrittweiser Übergang vom Wald zum Buschwerk, zur Krauzone, zur Wiese. Das ist selten geworden in unseren intensiv bewirtschafteten Landschaften. Und das soll erhalten werden. Dieses letzte, winzige Stückchen einer einzigartigen Vegetationsform und Biosphäre ist durch die vielen Spaziergänger in Gefahr, besonders durch freilaufende Hunde, die die brütenden Vögel immer wieder aufstören, und auch durch ihren Kot. Die Wiese ist eine Magerwiese, ungedüngt, mit einer besonderen Artenvielfalt empfindlicher Wiesenkräuter. Hundeurin hat ähnliche Kalium-, Phosphor- und Stickstoffkonzentrationen wie Industriedünger. Er bringt Pflanzen wie Brennnesseln und Springkraut zum Wuchern. Dagegen haben die Wildblumen keine Chance. Hunde sind Fleischfresser. Frischer Hundekot enthält Millionen von Bakterien und bringt Pflanzenfresser in Gefahr. Parasiten lösen Todgeburten bei Kühen, Schafen, Ziegen und Rehen aus. Bis zu zwei Jahre lang bleibt der Kot auf der Weide infektiös. Der Hund ist das Bindeglied in der Infektionskette zwischen Mensch und Tier. Über Infektionsketten haben wir gerade einiges gelernt im Zusammenhang mit Corona. Der Pfad am Bach und die Strundewiese liegen dichter in einem Wohngebiet. Wer hier wohnt, geht in den Wald. Ich auch. Viele mit Hund. Einige kommen sogar aus der Stadt rausgefahren, weil es hier so schön ist. Jetzt zu Corona-Zeiten noch sehr viel mehr als sonst. Kurz nachdem der Pfad abgesperrt wurde, sind Kinder über das Tor geklettert und haben am Rand der Wiese ein Baumhaus gebaut. Hämmern, Geschrei, Unruhe. Eine Katastrophe für brütende Vögel. Einerseits. Andererseits. Ich kann die Kinder so gut verstehen. Man ist doch froh, wenn sie nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm hocken. Wenn sie rausgehen, Ideen haben, was bauen, Abenteuer erleben wollen. Unbeobachtet von Erwachsenen. Wo können Kinder das noch? Eine Jägerin schreibt mir, Seit über einem Jahr haben Herrscharen entgrenzter E-Biker, Drohnenfetischisten, Langeweile-Wanderer, Waldbader und kampierende Outdoor-Mikroabenteurer, Querfeldeinkross, Jogger, durchgeknallte Zeugen Coronas mit Maske, die bisher so ruhige Eifel für sich entdeckt und verursachen enorme Kollateralschäden in Wald und Flur. Von immer mehr werdenden freilaufenden Hunden und hinterherbrüllenden Personen will ich es gar nicht erzählen. Und von dem für das Wild gefährlichen Maskenmüll und Plastikmüll und, und, und. Ihren Ärger und die Verzweiflung der Naturschützer kann ich so gut nachfühlen. Man möchte reinhauen, man möchte verbieten, man möchte absperren, damit die Unwissenden und Unsensiblen draußen bleiben, die sich nicht benehmen können in der Natur. Trotzdem, es ist mir unwohl beim Absperren. Und eine Freundin von mir hatte einen interessanten Gedanken dazu. Sie meinte, wenn man sich vor die Natur stellt, auch um sie zu schützen, dann stellt man sich selber ja auch außerhalb und trennt sich von der Natur. Ich habe noch was gelesen, in der Zeit vom 22.07.2021, da schreibt Bernd Ulrich, Sensationelle Neuigkeiten sind zu vermelden. Es gibt keine Umwelt. Nichts, was dem Menschen bloß um gäbe, kein Außen, dem er autonom, souverän oder gar unverletzlich gegenüber stünde. Vielmehr ist der Mensch immer schon Teil der Natur. Sie geht über ihn hinweg und durch ihn hindurch. Er besteht aus ihr. Könnte das ein Hinweis sein auf das, was ich suche? Ich möchte euch zwei Bücher vorstellen, wo ich weitere Hinweise gefunden habe. Das Thema von Valentin Gröpen, das kritisch im Essay Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat, Konstanz 2020, ist Tourismus. Wie die Spaziergänger zerstört auch der Massentourismus, das, was er liebt. In der Ferne suchen die Touristen das Andere, das, was uns im Alltag fehlt. Schönheit, Ursprünglichkeit, Echtheit, unberührte Natur, Folklore, Traditionen, dörfliche Idylle und Gemeinschaft. Dabei wissen wir schon vorher ganz genau, wie das auszusehen hat. Wir kommen mit fertigen Bildern in die Fremde und benutzen diese als Kulisse für unsere Selfies. Dabei darf die Kulisse auf keinen Fall störende Flecken von Arbeit aufweisen. Gröbner schreibt, Zitat, mir und meinen Mitreisenden muss ununterbrochen versichert werden, dass all die Hotels, Berge, Strände, Sehenswürdigkeiten nur für mein persönliches Vergnügen da sind. Das ist ziemlich viel Arbeit. Um Erholung als Paradies der Anti-Arbeit zu organisieren, braucht es viele Millionen Putzfrauen, Kellner, Busfahrer, Köche, Zimmermädchen. Sie müssen dabei diskret im Hintergrund bleiben. Tourismus ist eine rosa Fabrik mit größtenteils unsichtbarem Personal, das nach der Saison nach Hause geschickt wird. Die Arbeitsplätze, die der Fremdenverkehr erzeugt, sind bis heute zum größten Teil prekär, saisonal und schlecht bezahlt. Auf dem Backcover des Buches steht, Zitat, könnte es sein, dass Urlaub eine Art Verzweiflung am eigenen Alltag ist, als Belohnung verpackt? Anstatt uns für menschenfreundlichere Städte und eine gesunde Natur in unserer direkten Umgebung zu engagieren, suchen wir das echte Leben im Urlaub, woanders. Und noch etwas. Gröbner schreibt, er, der Tourismus, verspricht die Erfüllung von Bedürfnissen, die er selbst erzeugt hat, und erzwingt so dauernde Wiederholungen. Touristisches Reisen macht auf eine Weise unzufrieden, gegen die nur mehr Reisen zu helfen scheint. Seite 44 und auf Seite 45, Zitat, Verzückung, die große Erfüllung, Genuss, macht einen bedürfnislos, weil man zufrieden ist. Deswegen ist Glück schlecht fürs Geschäft. Das zweite Buch, in dem ich Antworten gefunden habe und das ich euch vorstellen möchte, ist Klima, eine neue Perspektive von Charles Eisenstein, Europa Verlag 2019. Eisenstein schreibt, dass wir so viel CO2 reduzieren, alternative Energien und Technologien erschließen, Kohlekraftwerke stilllegen und Müll trennen können, wie wir wollen. Wenn wir nicht die Grundlagen und Grundannahmen unseres Denkens und unserer Zivilisation ändern, wird das Klima sich weiter aufheizen und die Natur weiter zerstört werden. Denn solange wir Menschen uns im Gegenüber sehen zur Natur, werden wir sie benutzen, konsumieren und ausbeuten. Was wir nicht gebrauchen können zum Essen, für Kleidung, zum Bauen, für Maschinen und Chemie und so weiter, das kann dann ruhig aussterben. Solange wir uns nicht als Teil der Natur erleben, der leidet, wenn ein anderer Teil leidet, werden wir die Klimakatastrophe nicht abwenden. Denn die getrennte, ausbeuterische Haltung zur Natur und untereinander ist die Ursache der Zerstörung. Dabei ist das Aussterben der Arten im Grunde noch bedrohlicher für das Leben auf der Erde als der Klimawandel und hat dieselbe Ursache. Artenvielfalt hält den Wasserkreislauf, den CO2-Haushalt im Gleichgewicht und umgekehrt. Man hört immer wieder, wir Menschen müssen nur die Natur in Ruhe lassen und am besten selber aussterben, dann geht es der Erde wieder gut. Das ist zynisch und es ist auch falsch. Wir Menschen haben besondere Gaben und wir haben Verantwortung, schreibt Eisenstein. Wir haben eine Aufgabe in dem Ganzen. Es gibt einen Grund dafür, dass es uns gibt. Es geht wohl im jetzigen Zustand nicht mehr ohne unsere Kreativität. Wir können dafür sorgen, dass die Lebenskreisläufe, die wir zerstört haben, wieder in Balance kommen. Und das passiert gerade auch. Es gibt schon viele wunderschöne Beispiele dafür, wie Wüsten durch Menschenhand wieder in blühende, wasserreiche Landschaften verwandelt wurden. In Kongo, Portugal, Indien etc. Die Erde sich selbst zu überlassen, reicht vielleicht nicht mehr aus. Die Wildnis, die die sogenannten Entdecker vorfanden in den Amerikas, in Australien, war eine über Jahrtausende von Menschen kultivierte, menschenfreundliche Landschaft im Gleichgewicht. Sie Wildnis zu nennen, erlaubte es, sie zu besetzen, zu stehlen. Es ist eine Ideologie der Eroberung. Eisenstein schreibt, dass uns die Natur wieder heilig werden muss. Wollte ich zuerst weglassen. Heilig, das kenne ich nur aus der Kirche. Aber was nennen wir heilig? Pater Dasgupta, Professor für Entwicklungs- und Umweltökonomie an der Universität Cambridge, sagt im Zeitinterview vom 29.07. Ich kenne keine Gesellschaft, die nicht bestimmte Orte in der Natur als heilig ansieht. Irrationale Hokuspokus? Vielleicht. Aber wie kommt es dann, dass Zivilisationen, die heilige Bäume, Quellen, Haine, Orte kennt, es geschafft haben, über Jahrtausende im Einklang mit der Natur zu leben? Eisenstein schreibt, wenn etwas irrational oder unrealistisch genannt wird, dann heißt das meistens, dass es kein Geld bringt. Die neue Perspektive, die Eisenstein als Lösung vorschlägt, ist die Verbindung. Die neue, alte, lebendige, gelebte Verbundenheit mit allen Wesen auf der Erde. Eisenstein nennt es Interbeing. Liebe und Verbindung statt Separation. Ist nicht immer so einfach. Warum gibt es Läuse? fragt der Elfjährige seine Mutter. Falsche Frage. Ich sehe das ja ein, dass es besser ist, wenn da keiner mehr entlang geht am Bach. Und ich weiß jetzt, wie was da alles lebt und wie schützenswert und empfindlich das ist und wie leicht zu stören. Und trotzdem ist da viel Traurigkeit dabei, wenn ich da nicht mehr durchgehen darf. Ich möchte die Natur erleben. Ich möchte sie sehen. Ich möchte sie hören. Ich möchte mittendrin sitzen. Und ich habe mir überlegt, wenn man dieses Tor ein paar Meter weiter reinsetzen würde und zwei Bänke aufstellen, dann könnte man sich da still hinsetzen am Bach und diese schöne Fleckchen Natur erleben. Da müsste natürlich auch ein Hinweisschild sein, wo drauf steht, was da alles gibt und warum das abgesperrt ist und wie man sich in der Natur benimmt, wenn man das erhalten will und wie besser nicht. Dann müsste es natürlich unbedingt für die Kinder einen Ort geben, in der Natur, draußen, wo sie hämmern und bauen und basteln und Abenteuer erleben können. Am Waldrand, am Bach, vielleicht mit Öffnungszeiten, vielleicht unter Aufsicht von einem Ranger. Und ich habe schon mal auf jeden Fall für jetzt, habe ich schon mal ein Schild entworfen, ein Poster. Das hängt auch da mit dem BUND zusammen aufgehängt. Da steht groß drauf, dies ist Privatgelände. Und mein Kleiner darunter für Vögel, Fische, kleine Tiere und Pflanzen. Das ist witzig. Die Reaktionen in den Social Media zeigen sofort mehr Verständnis. Privateigentum ist uns heilig. Ich werde mit meiner Enkelin zusammen Blumen pflücken gehen. Und wir werden jede Pflanze fragen, ob wir eine Blüte geschenkt bekommen. Dann beobachten wir sie und hören auf die Blumensprache. Und wenn die Blume uns sagt, dass wir sie pflücken dürfen, dann bedanken wir uns bei ihr.